Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Organisation Organisation Nummer 2 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Organisation setzt innovative Methoden ein, um effizientere Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Die Organisation setzt innovative Methoden ein, um effizientere Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit in unserer Organisation ist von Respekt und Vertrauen geprägt. Die Zusammenarbeit in unserer Organisation ist von Respekt und Vertrauen geprägt. Die Zusammenarbeit in unserer Organisation ist von Respekt und Vertrauen geprägt. Jedes Mitglied der Organisation hat die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge einzubringen. Jedes Mitglied der Organisation hat die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge einzubringen. Die Organisation setzt sich für Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz ein. Gemeinsam meistern wir Herausforderungen und stärken den Zusammenhalt in der Organisation. Gemeinsam meistern wir Herausforderungen und stärken den Zusammenhalt in der Organisation. Unsere Organisation legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.